Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK Survival Evolved. Bei mir dabei ist... Ach nee, das war mir Biber. Komm mit. Hallo. Und Techlight. Guten Tag. Und wie ihr seht, ist da schon so ein kleines Loch im Berg. Ja, wir haben mal hergescheatet. Na, eigentlich nicht wirklich, wir haben eine Karte verwendet. Und wollen uns jetzt mal die Höhe unter den Nagel reißen. Bewaffnet mit jeder Menge tollen Sachen, die das Leben schöner machen, würde man sagen, gehen wir rein. Ja. So, es kann natürlich sein, dass am Anfang der Hölle wieder ein bisschen lecken tut. Genau das. Ja. Standard. Soll ich meine normale Waffe nehmen oder soll ich die große Dinger? Wir haben eben halt uns noch ein bisschen was ernstes vorbereitet und zwar Techlight. Zeig's mal. Ey, und... Ah. Mächtiger Butterbomb. Hahahaha. Und ich hab eben halt... Klein und rund. Süß. Aber halt alles für Notfälle, ne? Richtig, richtig. Und ich würd sagen, treiben wir uns voran. Mal gucken, ob wir auch den Schatz hier drinnen finden. Den... Was war das ein kleines Mal? Das Artefakt, genauso wie es ist. Crystals. Ja, Techlight, kannst du mal deinen Laserpoint daraus machen? Da irritiert. Habe ich schon, der nervt mich selber. Ja, du selber siehst den ja nicht wirklich. Das ist ja gerade der Witz. Na doch, wenn der irgendwo draufschlägt, weißt du, dann playet der. So. Jetzt rennt ja alle in eine andere Richtung hier. Naja, wir müssen da runter. Ich halte das auch schon von hier oben. Du seid ja lang. Ich finde hier keinen Weg. Ja, komm mal her. Ja, ich stehe dich da schon wieder. Ach so, gut. Okay, ich bin unten. Quasi. Sei vorsichtig, die Hülle ist nie unten. Wo seid ihr? Ach, ich springe runter, weißt du? Wir sind unten, quasi. Treffen wir uns bei der Brücke. No. So, jetzt geht's langsam gleich los hier, oder? Hier runter springen, oder? Nein. Ja, viel Spaß beim Huppen. Guck mal runter. Da ist eine Menge los, unten. Obwohl ich hier unten jetzt eigentlich bloß eine Flattermaus, zwei Flattermaus, zwei Flattermaus. Ich sehe dort mehrere Flattermaus, Schlangen, alles Mögliche unten, ne? Probion. So, jetzt geht's los hier hinten, ne? Da geht's nämlich richtig. Da bin ich nämlich letztens erst mal gestorben. Gestorben, weil die Flattermausse, die kriegst du ganz schwer. Richtig. Oh, die Flinte. Die Flinte ist weg. Mhm. Ah, stehst du im Weg? Die Flinte ist weg. Die Flinte ist weg. Die Vierde und die Fünfte kommt noch, genauso wie die Sechste. Ja. Hat jeder eh nicht am... Ich hab zwei am Sack. So, eh nicht weg. Ja, ich bin grad nicht am Nachladen. Ja, das Nachladen, Animation, die da auch so Hotcore ewig, eh. Das ist so aportisch. Hast du nie runterfallen, ne? Nein. Vielleicht bestimmt eine. Ja, ja. Wieso, Brett? Oh, dich, dich hat zu... Nein! Passen! Achso, das war Trackbody. Immer schön nachgucken, ob die eben halt auch einen Inventar haben. Achtung, Schlangen. Ja, Haufen Schlangen, ne? Haben wir auch mal einen mit Ballern. So, die ist weg. Ah, zu dritt macht das schon wieder mehr hier Sinn, ne? Richtig. Und so, die ist auch weg. Ich kann dir ein bisschen mehr Health geben. Level up. GZ. Ins Inventar gucken sagst du immer, ne? F drücken, selbst bei... Scheiße, selbst bei Leichen. Gut. Nexas Inventory ist trotzdem drin. Hier kann's, kann man bei dem probieren. Okay. Oh, da ist nix drin. Nein, nur Ratze drin. Ja, ja. Oh, das ist Level 60. Schettin nehmen wir trotzdem mit, oder? Ja, ja. Mit was war das? Axt? Okay, Fledermaus. Ja, Axt. Wo eine Fledermaus ist, sind andere nicht so weit. Ja. Muss man aufpassen. Ja. Okay, eine habe ich gekillt, die war da oben festgepackt. So, hier geht's auch noch lang, ne? Also, wo wollen wir lang? Ich würde sagen, hier noch ein bisschen Kristall einsammeln, oder? Ne, da haben wir ja genug gute Quellen. Da brauchen wir jetzt hier das Kristall nicht hochschleppen. So, hier ist eine Sackgasse. Da ist noch ein Dankbetel, könnt ihr auch noch hier Schettin rausholen. Oh? Da unten. Da, Dankbetel. Also, hier lohnt es sich, kein Dankbetel zu holen. Ja, viel zu heftig. So, geht's weiter, ja? Mhm. Oh, oh. Ja. Gut. Kommt noch mehr? Gut. Also, das macht mir das ja richtig gut Spaß. Track body, track body, gut. Äh, Skorpion. Das ist jetzt unten. Du. Das sind jetzt hier unten angekommen. Hier könnte man mal einen Schuss mit der Panzerfass reinhauen, oder? Okay. Theoretisch. Theoretisch. Ich stelle mich aber hinterm Tisch. Ja, wohin? Nein, die, äh... Nein, die Mäuterin. Eine habe ich gequillt. Ernsthaft. Das war die Schlange. Hey, du musst zwar da ein Stück näher ran und dann versuchen wir den Skorpion dort so in die Richtung. Hier gibt es noch einen Weg rein. Mach mal. Stopp mal kurz. Ja. Alle weg. Aber mehrere. Gleich, das ist gut. Hier gibt es noch einen Weg rein. Warte mal. Nicht, wo es kommt. Das ist... Oder? Nee, die Futter ist bloß. Hier ist noch eine Schlange nach hier unten. Die Lappen, oder? Naja. Hey, die. Zappelt bloß noch. Fledermäuse. Lange ist tot. Ich habe eine Fledermäuse im Sack. Ja, ja. Kümmer mich schon drum. Er lebt bloß leider nicht so schnell. Warte, ich habe ihn noch hinein geflattert. Oh, die ist gleich breit, ja. Ja. Was treibst du denn hier noch? Nicht bei einem rumfliegen. Letzte. Ich habe ihn runtergeholt. Gut, hast fein gemacht. Oh, no scope technisch. Oh, Access Inventory. In Berries, das ist gut. Geht's hier. Du musst ein bisschen näher ran, Tech. Kannst du sie, bei mich? Du kannst mich nicht. Du kannst mir keinen Schaden zufügen. Ach so, okay. Ah ja, PvP ist ja aus. Richtig. Erstens, PvP ist aus. Und zweitens, wir sind in einem Tribe. Von daher ist das Wunder. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Danke. Das warst du, was erwischt. Ich bin ein bisschen mehr zurück, wo offenes Gelände ist. Und halten wir mal jemanden die Flamme aus hier vom Leiter. Ich bin schon gerade weggeschmissen. Du, boah. Wurde so weit mit mir, hä? Ja, logisch. So, da ist noch ein Snake. Die ist runtergepackt oder ist sie weg? Nee, die ist noch da, die ist noch da, die ist noch da. Hinter dem Felsen, runden Felsen ist noch eine Fledermaus. Das ist schon der zweite Schuss der Haus, glaube ich. Ja, warte, ich gehe mal vom Felsen hoch. Die Schlange? Ja. Die ist noch da. Hinter dir. Ich habe sie dort. Jo. Ich bin leicht vergiftet und es steigt. Ja, Stimberrys habe ich jetzt. Äh, einsteigen. Warte mal, Inventar hast du ja. So, gucken wir hier noch. Dragbody, nee. Kledermaus noch am Leben? Nein, die ist schon tot. Super. Aber hier ist nochmal Stimberrys drin. Brauch ich jetzt gar nicht. Oh. Denk dran, hier unten ist es kalt. Wurstelt mal was essen. Ja, letztens bin ich auch in der Höhle fast verreckt wegen Kälte. Ja, ich bin verreckt wegen Gegner. Du sagtest, dort vorne geht es noch irgendwie runter? Ja. Machen wir als nächstes lang, oder? Noch ein Inventar. Ja, jetzt kriege ich Damage. Ja, na guck du mal, ob du was kalt hast. Ach so, wegen der Kälte, ja. Aber sag rechtzeitig Bescheid, weil du hoch musst, ne? Ja. Aber wir hätten vielleicht Ressourcen für ein Feuer mitnehmen sollen. Oh Gott, ein, zwei, drei, vier, fünf. Lettermäße sehe ich schon hier unten. Das sollten wir wieder mit einer Panzerfaust klären, oder? Mh, mache ich schon besser. Okay. Pass, ich kann grad nicht. Von welchem Winkel her, ne? Joch, joch, joch. Geht, komm mal. Fuck. Wo sind die denn jetzt hin auf immer? Ich hab die alle abgeschossen. Okay. Aber ich hab mich selber auch dabei gekillt. Oh nein. Wo sind die? Oben, den Berg hoch, ein Stück. Nee, nee. Wieder zurück. So killst du dich? Ich hatte aus Versehen den, äh, Ding schon ausgewählt. Und wenn du, ich hab mich quasi selbst gekillt. Hm. Stimmt, stimmt das, was er da sagt? Klegt. Stimmt das, was er da sagt? Halt meine Schatten. So. Mh, steht direkt da. Killed yourself. Nee, Tri-Member, äh, Tri-Member, Tashlight, äh, Level 1, Sieb, was killed. Ja. Kill yourself oder so, ne? Nene, killed. Einmal bloß. Was killed. Okay, ich bin wieder gespawnt. Möcht ihr meine Sachen aufheben? Na, die Leiche liegt noch, 14 Minuten. Frage ist, wie schwer ist das Zeug, ne? Tashlight, geh mal in meine Summe und bringen wir mal meine warmen Sachen mit. Das ist Schweine-Kalt, Jun. Okay. Minus 30 Grad, mal gucken, wie die was bringen. Ich nehme jetzt ein Tashlight, ein ganzes Zeug, wir machen mal kurz hoch, ja? Ja, so ist es. Okay. Wir kommen dann zur Höhle. So, ich hab's. Okay. Zur Höhle kommst du, indem du dich auf dem Flugzeug auch erst... Ja, nee, ich komme dann gleich zur Höhle. Okay. Wir müssen uns beeilen, ich hab nicht mehr viel Leben. Jo. Dann lass uns rennen. Äh, da lang. Im Zweifel immer hoch. Ich hab dein warmes Zeug. Dann machen wir dann in der nächsten Folge nochmal runter, oder was? Hm, ja, wir haben noch ein bisschen... Ach, ich kann mir jetzt... Ja, bis der... Bis er da ist, ja. Rippen. Dann machen wir noch ein schönes Gewinn. Das Feuerchen... Genau. Fleisch haben wir ja auch genug mit, oder? Nee unbedingt, aber wir können ja wohlgemerkt, deine Autoturrets oder die Autoturrets haben ja im Endeffekt alles beigerotzt. Ja, 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 ja. Hilde, die dritte. Was sind wir schon bei der dritten? Die hat sich verabschiedet von uns, wo ich mit dem Techlight alleine unterwegs war. Okay, verdammt. Das war doch Hilde, die zweite, die ist doch bei der Spino-Jagd draufgegangen. Hä, nee, wo der Spino dich erwischt hatte, genau. Genau, genau. Aber da hat man ja keinen Spino gejagt direkt. Ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer. Hier geht's lang, ne? Ja. Ich glaube, ja. Warum muss ich euch jetzt im... finden, ey? Verdammt, jetzt... Warte mal. Muss man erstmal angewöhnen, so eine Löschpistrolle mit einzustecken, da. Ja, ich kenne die Koordinaten, dementsprechend ist das... Wir mögen uns mal anfangen, mal merken, wo der scheiß Ausgang ist. Klappen. Gut. Total... Ja, ich senke den Rador. Hä? Senke den Rador. Ja. Die Autotorads, die schießen ja kräftig. Wir leckt schon wieder? Huh. Ja, weil wir ja gerade rausgekommen sind aus der Hilde, deswegen. Oh nein, ich wollte. Äh, mach doch mal eine Aufnahme, Jörg. Ich bin, ich bin schon dabei, hier Stein abzuhaken. Ich bin bloß gerade mit Blick, was man da noch für alles brauchte. Äh, Holt? Warte, ich guck schnell. Nulls haben wir ja einen Biber genug. Brauchst dafür... Fetch, Flint, Stone... Wie viel Fetch, wie viel Fetch? 12. Oh, Schwein gehabt. Flint 1. Ja, das... Ja, ich hab jetzt alles... ...habe alles... ...und 16. Genau. Ich war gegriffen. Ich schießt. Hat sich erledigt. Drecks Korno. Ähm, ich muss was in den hier reintun. Ich kann sonst nicht laufen tun. Oder was in den Quetzel rein? Das mach ich ja gerade. Oh, es wird wieder hell. Schön. Oh, cool. Bauen wir das Feuerchen hierher. Na, warte mal kurz. Ich muss erst... Ich muss noch mal rauslegen. Ich bauch gleich mal ein Bett hierher. Was haltet ihr davon, he? Oh, ja. Macht er Sinn? Ich kann immer noch nicht laufen. Bestimmt, die ganzen Waffen von denen. Alter, das muss man mal latschen. Das Bett brauchen wir. Ach, das finden wir auch alles hier. Das ist schön. Ich kann... Was? Wissen. Ich kann immer noch nicht laufen. Äh, Drop-Item. Stimmt, das ist aber von dem noch die Waffe. Dann hab ich noch die Waffe. Ne, warte mal. Das ist meine. Rocket Launch. Ja, Raketen, Raketenwaffe hab ich ja schon reingelegt. Hab ich... Moment. Ich schlag über 300 Kilo mit mir rum. Oh, oh, oh. Wo ist das denn? Könntest du grad noch laufen? Ach, gut. Setz dich mal auf den Beeper und komm mal näher zu mir, bitte. Ja, warte. Gut, es reicht. Ist ein gelber Airdrop. Ja. Okay. Genau, seid ihr? Hier. Immer noch an der Höhle. Was ist denn das für eine Kacke? Ich kann... Ich kann die Skamphall nirgendswo entsetzen. Brot oder was? No. Jetzt haben... Ja, nee, der Höhle geht das, glaub ich nicht. Ein ganzes Stück weit weg. Aber hinter dir ist eine Schlange. Hm, ich stelle so. Lol, jetzt könnte ich das Ding erst hinsetzen. Ja, du musst ein ganzes Stück weg. Ich bin jetzt quasi wieder da. Quasi. Dann lass mich doch dort, wo du jetzt das Kämpfeuhr hingesetzt hast, ne? Ja. Diese in Quadraten große Hüttebahn, weißt du, da kannst du nämlich das Bett reißen. Oder so. So, das war's aber schon wieder für die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns definitiv auf... Auffreuen. Äh, Feedback freuen. Würden uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, viel Spaß beim Gucken. Schönen Tag wünsche ich euch. Und dann tschüßen. Ciao, ciao. Tschüss.